Hallo zusammen. Hallo. Ganz überraschend, wir kommen ja erst mal zum Ausflug zurück. Stehen wir schon wieder beim Gustl. Ja, aber leider fahren wir jetzt nicht in Urlaub, sondern... Nein, eine Mission müssen wir erfüllen. Ihr kennt das sicherlich alle. Man fährt mit 100 Stundenkilometer auf der Landstraße. Auf einmal gibt es ein ganz fieses Geräusch. Kannst du das nachmachen? Nö. Ich auch nicht. Klack oder so ähnlich. Aber ihr kennt das alle. Und schon hat es ein Steinchen hochgewirbelt. Ja, und wenn man Glück hat, ist nichts passiert. Aber wenn man ein bisschen Pech hat, dann gibt es halt leider doch ein kleines Löchle oder Riss. Oder was ist das dann? Eine kleine Schadstelle. Auf jeden Fall eine kleine Beschädigung. Ja, und bevor sowas größer wird, lässt man es reparieren. Und das haben wir heute vor. Und wir nehmen euch mit. Mhm. Genau. Also komm, steiget mit ein. Dann geht's los. Wir machen den Gustl fertig. Ihr schaut das Intro an und dann geht's los. Ja. 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 Das ist toll. Wie geht's los? Ja. 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 So, dann schauen wir noch mal. Das heißt, jetzt wird Druck aus der Scheibe rausgenommen. Das war das komische Geräusch, was es auch gemacht hat beim Steinschlag. Jetzt wird es sauber gemacht. Das ist jetzt für eventuelle Scheibenversiegelungen zu entfernen. Wachs, was auch immer, was sich auf so einer Scheibe ansammelt. Damit dann das Harz besser haften bleibt. Das ist erstmal, dass die Oberflächenharz später dann besser haften bleibt. Ja. Und auch unsere Reparaturart. Die Reparaturmasse. Genau. Das ist ein Preimer, den ich injiziere. Das Leim ist das? Preimer. Was ist das? Das ist der Harz eine dauerhafte Verbindung. Also so ein Verbindungsmittel praktisch. Jetzt saugen wir mögliche Verschmutzungen aus dem Steinschlag. Aha, jetzt werden die Verschmutzungen rausgesaugt. Das heißt, das Ganze ist jetzt da so wie ein Staubsauger praktisch. Wie ein feiner Staubsauger. Jetzt wird der Riss praktisch mit Harz gefüllt. Das Ganze funktioniert alles vollautomatisch. Das heißt, es wird nur draufgeklappt. Und dauert erstaunlicherweise doch ein paar Minuten. Das Ganze dauert ein paar Minuten. Aber? Macht ja nichts. Hat ja ein spannendes Buch. Guter Cappuccino. Na also. So, der Vorgang ist abgeschlossen und jetzt wird wieder alles abgenommen. Und dann ist es erledigt. Ausatmen. Ausatmen. Das machst du aber von selber, oder? Da kommt jetzt ein UV-Land drauf. Ah, okay. Das ist jetzt der Oberflächenharz. Da kommt jetzt Oberflächenharz drauf. Jetzt wird es luftdicht abgeschlossen. Dann wird die Scheibe ein bisschen sauber gemacht. So, das heißt, jetzt wird die Scheibe von innen noch ein bisschen bewegt. Damit der Harz vollständig einzieht in die Schadstelle. So, und jetzt kommt eine UV-Lampe da oben drauf. Und mit der wird das Ganze dann noch getrocknet. Ja? Und geharrt. Getrocknet und geharrt. Wie das von innen ausschaut, schauen wir gleich mal rein. Also, jetzt wird die Lampe erstmal runtergenommen. Und dann wird der restliche Harz, was noch oberflächig drauf ist, mit einer Rasierklinge abgemacht. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen nachpoliert und dann ist es fertig. So, jetzt polier mich da. Was ist das restliche, das kleine Nöckle jetzt da noch? Das ist der oberflächliche Ansatz, wo der Steinschlag aufgekommen ist und hat ein Loch hinterlassen. Das haben wir jetzt auch aufgefüllt in diesem oberflächlichen Hatz. Und was sieht man dann da noch? Das ist das, was übrig bleibt. Das übrig, das kriegt man nicht weg. Der Scheibenharz ist nicht gleich von der unterschiedlichen Hatz. Also das ist nicht schon gefüllt, das ist nur... Genau, oberflächlich glatt ist es und Stabilität ist da. Ah, okay, alles klar. Also man sieht, noch eine Kleinigkeit, ein kleiner Punkt bleibt übrig, sozusagen. So, und weil es immer wieder irgendwelche Zusatzprodukte gibt, haben wir jetzt die Scheibenversiegelung noch dazu bestellt. Die wird uns da jetzt mit aufgetragen. Das heißt, die Scheibe wird gereinigt, dann kommt die Nano-Versiegelung drauf. Und das Ganze soll dann zehn Monate lang halten. Und wir sollen keinen Scheibenwischer mehr benötigen, sagen Sie. Keinen Scheibenwischer mehr. Das heißt, wir sparen uns die Kosten für die Scheibenwischerblätter. Und wir brauchen die Scheibe nicht mehr reinigen, angeblich. Und das werden wir berichten, wie das dann in der Praxis funktioniert hat. In zehn Monaten sind wir schlauer. Einen Vorder haben wir jetzt schon mal. Wir kriegen schon mal eine saubere Frontscheibe wieder. Also jetzt haben wir jetzt erst den groben Schmutz entfernt. Und jetzt kommt die Feinschmutzentfernung. Das heißt also, wenn noch Fett irgendwo drauf ist oder Eiweiß von den Fliegen, dann wird das jetzt alles weggemacht, sodass die Scheibe richtig sauber ist. So, das ist die Feinschmutzentfernung jetzt. Also so sieht die Versiegelung aus. Das heißt, wir brauchen zwei von diesen Tuben. Und eine Tube kostet 39,98 Euro. Inklusive Auftragen. Und für uns wird eine Tube auf eine halbe Scheibe aufgetragen und eine zweite auf die andere halbe. Jetzt machen wir die zweite Seite. Jawohl, jetzt kommt die zweite Hälfte. Bei so großen Scheiben muss man zwei Tuben nehmen. Jetzt wird es also einpoliert, die Nano-Versiegelung. So, das Ganze wirkt jetzt drei Minuten ein. Und dann muss es noch runterpoliert werden. Und soll dann mindestens zehn Monate halten. So, und jetzt wird noch alles nachpoliert. Durch den Fahrtwind soll dann das Ganze weggehen. Da sind wir mal gespannt. Das heißt immer in meinem Leben, dass ich auf Regen warte. So, jetzt kommt es darauf an, die Scheibe nicht mit zu vielen Chemikalien behandeln. Umso länger hält diese Nano-Versiegelung. So ist es zutreffend, oder? Genau. Und als besonderer Service wird sogar noch die Scheibe von innen sauber gemacht, damit man den ganz klaren Durchblick hat. So, das Ganze hat jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, inklusive der Nano-Versiegelung. Die Reparatur des Steinschlages kostet 112 Euro. Das wird direkt mit der Versicherung abgerechnet. Das macht jede Versicherung, wenn man Teilkasko versichert ist. Und die Nano-Versiegelung kostet für eine Wohnmobilscheibe 2x39,98 Euro. Und wenn man recht freundlich ausschaut, wie wir, dann kriegt man 20 Euro Rabatt bei Carglass. Dann haben wir 60 Euro dafür bezahlt. Das war okay. Und wir wollen schauen, wie das Ganze aussieht. Wir haben jetzt saubere Scheiben. Wir haben eine reparierte Scheibe. Und hätten wir das nicht machen lassen, wäre das Risiko gewesen, dass irgendwann ein Riss in die Scheibe reinkommt. Oder so eine Wohnmobilscheibe von einem integrierten, von einem vollintegrierten Wohnmobil. Wenn die gerissen ist und ersetzt werden muss, dann fängt die bei einem vollintegrierten Wohnmobil bei 3000 Euro an. Da denke ich, da hat sich das doch gelohnt, dass wir hierher gefahren sind und den Steinschlag haben gleich aussatzen lassen. Vielen Dank an die Firma Carglass in Heilbronn. Sehr freundliche Leute. Gut bedient worden. Und jetzt schauen wir mal, wie erfolgreich das Ganze gewesen ist. Jawohl. Fahren wir wieder heim, oder? Jetzt fahren wir wieder heim, ja. Also. Wir hoffen, das hat euch interessiert. Wenn es euch ein bisschen weitergeholfen hat, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns wieder mal, wie üblich, über einen Daumen nach oben, ja. Und über eure Kommentare, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Wir waren bei der Firma Carglass in Heilbronn. Es gibt natürlich noch ganz andere Firmen, die das auch durchführen. Ja. Ciao. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.